Bro, hast du Format auf dem Schirm? Klar, klar, ja. 19 Uhr, ne? War es 19 Uhr? War es 19 Uhr, oder? Schon 19 Uhr vom Ding her, oder? 18 Uhr? Oh. Ah, ich dachte 19 Uhr Madeira-Zeit, ich war ein bisschen verwirrt. Sorry, dass da mein Fehler gewesen hat anscheinend. Warte mal. Diesen Freitag nochmal eine Runde, wer ist der schlauste Streamer? Das mit den Random-Quizzen, so 18 Uhr. Hm? Da habe ich Yo geschrieben. Stimmt. Da. Yo. Das ist jetzt ungünstig. Nicht gut, auch schnell das Video zu Ende, bin ich ready. Ich behalte mich. Ey, wir könnten das Video auch in doppelt so schnell gucken und Pamabu macht es dann einfach in der Reakt... Also, und ich reakte auch doppelt so schnell und Pamabu macht es einfach dann 50% langsamer für YouTube. Wir haben einen ganzen Quadruc. Genau. Hab ich... Wo sind schon! hier והli sind von dir veraboter.